Mit dem Reverse-Halt-Trick, den ich dir gleich zeige, kannst du dir zum Beispiel aus deinen Backing-Vocals einen Flächensound basteln, der viel mehr Dynamik und Spannung in deinen Mix bringt. Bleib dran! Hi, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Wenn du schneller, effizienter und besser in Logic arbeiten möchtest, empfehle ich dir als erstes und unbedingt meine Logic-Workflow-Checkliste. Da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du dein Workflow in Logic massiv verschnellern kannst. Vocal Chain der Woche für heute ist ein Reverse-Reverb-Trick, das heißt wir werden ein Reverb herumdrehen und auf Backing-Vocals ansetzen. Bevor ich dir die Signalkette genau zeige, hören wir erstmal in dieses Beispiel rein, damit du weißt, um was es geht. Also los! Mir geht es also hier um diesen Übergang. Du siehst hier schon von der normalen Ansicht hier im Arrangement-Window, das ist so ein etwas untypischer Song, der fängt sehr schmal instrumentiert an und steigert sich dann immer weiter, immer weiter, immer weiter. Hier kommen immer mehr Backing-Vocals dazu. Dann kommt hier ein Interlude, also ein Zwischenspiel. Da kommt nochmal so eine Schlusssteigerung für den letzten Refrain. Das singen diese Backing-Vocals, die Original-Backing-Vocals singen das hier. Klingt schon ganz verschickt, klingt schon ganz cool, klingt schon wie so eine Art Flächenpad, aber ich habe gedacht, wir können das noch ein bisschen krasser machen und habe dann das hier draus gemacht. Okay, was genau habe ich in der Signalkette eingebaut? Ich habe zunächst mal diese Backing-Vocals hier, diese Male-Backing-Vocals einfach runtergebaut, das sind sechs oder acht Stimmen und habe die hier auch als Stereo-File einfach wieder reingeladen. Dann habe ich folgendes eingesetzt, also so klingt es jetzt normal, das haben sie gesungen. Ganz normal, ohne irgendwelche Effekte drauf. Als erstes habe ich einen Ring-Shifter genommen, den Ring-Shifter von Logic, gibt es auch in anderen DAWs. Ein Ring-Shifter ist ein Mix zwischen Ring-Modulator und Frequenz-Verschieber und das ist ein recht komplexes Plug-in und auch dieser Effekt-Ring-Modulator, der war so in den 70ern sehr berühmt. Wenn dich das interessiert, dann schreib mir einfach mal Ring-Shifter in die Kommentare, dann kann ich dir den mal komplett zeigen. Das Ergebnis jedenfalls ist, dass du einen sehr glockenartigen und teilweise robotermäßigen, phasenmäßigen Klang bekommst und so ein bisschen so einen psychedelischen Sound erzeugen kannst. Sprichwort, die Purple, nee Pink Floyd waren es glaube ich und so weiter. Ich schalte den einfach mal zu. Also hier kriege ich so ein bisschen Bewegung rein, das Ganze klingt so ein bisschen künstlicher, ein bisschen seltsamer und hat so einen leicht phasigen Touch, um einfach diese Sache so ein bisschen mehr in Richtung Flächenpad zu rücken oder ein bisschen unmenschlicher zu machen, weil ich möchte ja mehr oder weniger ein Flächenpad daraus machen. Jetzt kommt mit Sicherheit der wichtigste Schritt und das ist dieses Reverse Reverb. Eigentlich ist es in diesem Fall gar kein direktes Rückwärtsverb, also ich habe das Verb gar nicht rumgedreht, aber der Effekt ist so ein bisschen so und das schalte ich jetzt auch mal zu. Das ist kein, es klingt wie so ein Rückwärtsverb, so ein bisschen, es ist aber kein rückwärts abgespieltes Verb. Also ich könnte es ja auch tatsächlich reversen, das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe ein bisschen was anderes gemacht. Wir können das jetzt nochmal rekonstruieren. Ich gehe einfach nochmal in die Standardeinstellungen, Standard aufrufen. Was ich als erstes gemacht habe, ist mir ein Preset rausgesucht, bei Warped Effects und Moving Spaces Maneuver heißt das. Das klingt so. Also ein sehr, sehr langes Reverb, hier mit fast 10 Sekunden Länge. Da habe ich nur verstellt, also ich habe es direkt in den Kanalzug geladen und ich habe einfach den Dry-Regler ganz nach unten gezogen, so dass wir nur noch das Nasse, also dass wir nur noch den Effekt haben oder fast nur noch den Effekt haben, direkt im Kanalzug. Klingt so ein bisschen Mönch-mäßig, ja, aber ich ersäufe jetzt praktisch diese Backing-Vocals im Hall und dann habe ich eigentlich nur die Effektzeit hier, oder die Attack-Zeit hier runtergezogen. Das heißt, ich fahre das Reverb relativ langsam rein. Ich bin hier relativ weit nach unten gegangen, ungefähr so, die Attack-Zeit nach hinten verschoben, also wann das Reverb tatsächlich einschlägt. Und das habe ich hier so gelassen und können wir so lassen. Und jetzt kann ich hier noch die Kurve verschieben. Siehst du das, wenn ich hier anpacke in Logix, geht aber in anderen Reverb-Emulatoren auch. Und jetzt fährt dieses Reverb so ein bisschen langsamer hier einfach rein und das ist dieser Touch von einem Reverse-Reverb, obwohl es gar nicht rückwärts abläuft hier. Also du hörst jetzt, dass es eher langsam einschlägt. Und sich steigert. Genau, das war es mit dem Reverb. Ich habe es dann noch komprimiert, weil das so hin und her war, aber dass das ein bisschen gleichmäßiger ist und mehr flächenmäßiger kommt. Und dann habe ich mit dem Channel-EQ einfach noch die Höhen so ein bisschen angehoben und um die 800 hat es stark gewabert. Das war alles, aber jetzt hörst du, dass der Klang durch den Equalizer noch ein bisschen spitzer wird, noch ein bisschen mehr Air bekommt, ein bisschen mehr Luftigkeit. So etwas mehr Hauchigkeit, ja. Setzen wir das jetzt nochmal hier direkt ein, und zwar im Komplettmix. Ich schalte mal die originalen jetzt ab, die originalen Backing-Vocals. Bisschen weiter vorne rein. Ich schalte mal die Ich habe noch, um das anzupassen, habe ich noch mit der Automation hier ein bisschen nachgearbeitet. Die Automation habe ich lauter gemacht, dann leiser gemacht, weil der Effekt erst leiser beginnt, dann lauter wurde. Ich wollte es aber gleichmäßiger haben, also so fährt er langsam rein. Der Effekt fährt langsam rein, die Lautstärke bleibt dann ungefähr gleich. Und jetzt müsste man natürlich noch, um das, der Max ist noch nicht fertig, um das richtig dramatisch zu machen, müsste ich jetzt natürlich noch hier am Ende, müsste ich jetzt hier noch den Gesamtmix ein bisschen hochziehen, oder das Stereofeld ein bisschen breiter machen, dass das insgesamt noch ein bisschen, zum Ende hin noch ein bisschen mehr dramatischer wird. Aber ich denke, du weißt, um was es geht, und wie die Vocal Chain hier funktioniert. Deswegen probiere die einfach selber mal bei dir zu Hause aus. Macht auf jeden Fall riesen Spaß und ist ein toller Effekt. Wenn du dich fürs Vocal Abmischen interessierst, dann schau doch einfach mal dieses Video an. Ich habe noch viele weitere Videos über Vocal Chains gemacht. Ich habe sogar eine ganze Playlist dazu gemacht. Die kannst du dir anschauen. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, oder wenn du dieses Video mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte. Und wir sehen uns schon bald beim nächsten Tutorial. Bis dann!